Bodyguard Elite Dieser multifunktionale Schlüsselring enthält eine Reihe von Instrumenten, die euch helfen, in Extremsituationen zu überleben. Das Mehrzweck-Tool hat einen automatischen Notfallhammer, einen Clipper, ein Notfall-Tonsignal, ein digitales Manometer, ein akustisches Manometer, eine Lampe, eine rote Notleuchte, ein Tiefmesser und selbstklebendes Klebeband. Um zum Beispiel im Notfall das Glas in einem Auto zu zerbrechen, muss man die Hammerspitze einfach nur fest an das Glas pressen und sie wird sich automatisch einschalten und es zerbrechen. Das Produkt kostet 22 Dollar. Das Produkt kostet 22 Dollar. Das Produkt Ikonomi R-Link Genießt eure Lieblingskopfhörer, egal welches Smartphone ihr mit dem R-Link Adapter verwendet. Dieses intelligente Gadget bietet euch volle Bewegungsfreiheit. Schließt einfach das Headset an den R-Link an und synchronisiert das Gerät über Bluetooth mit eurem Smartphone. Als Ergebnis erhaltet ihr eine gute Klangqualität, ein drahtloses Headset und die Fähigkeit eure Playlist zu kontrollieren. Das Gerät kann auch für Freisprechanrufe genutzt werden. Der Adapter bietet euch eine Ladung von 8 Stunden und lädt sich in nur 30 Minuten voll auf. Der Preis der Erfindung ist 25 Dollar. Fuse Card Dies ist die dünnste Speicherkarte der Welt, die alle Karten in eurer Brieftasche in einem geschützten Gerät zusammenbringt. Fuse Card ist mit iPhone und Android Smartphones kompatibel. Mit dem Gerät werden alle eure Kreditkarten, EC und andere Karten geschützt. Die Fuse Card ist 0,07 cm dick und kann eure Brieftasche ersetzen, indem sie die Informationen von bis zu 30 Karten auf einem einzigen Chip vereint. Dank einer flexiblen Anzeige, einer Batterie, die bis zu 30 Tage anhält und einem effektiven Sicherheitssystem, ist die Fuse Card wirklich unglaublich nützlich. Das Gerät kann für 80 Dollar vorbestellt werden. Trace Diese kleine Disc wurde speziell für aktive Sportarten wie Snowboarden, Skateboarden und Surfen entwickelt. Das Gerät wird direkt in das Board integriert und zeichnet mit Hilfe von neuen Sensoren und einem GPS-System euren Standort, die Höhe der Sprünge, die Anzahl der Drehungen und natürlich die Geschwindigkeit auf. Um die Daten zu erhalten, müsst ihr einfach nur die passende App installieren und Trace über Bluetooth synchronisieren. Die Daten werden auf dem Active Replay Server gespeichert, wo ihr sie mit anderen Athleten auf der ganzen Welt teilen könnt. Und für noch mehr Praktivität hat Trace nur eine einzige Taste und der Prozessor des Gerätes ist durch ein Gehäuse von Stößen, Feuchtigkeit und Temperatureänderungen geschützt. Das Produkt kostet 100 Dollar. Lenzo Dies ist die sicherste und komfortabelste wasserfeste iPhone-Hülle der Welt. Mit ihr können in einer Tiefe von bis zu 100 Metern qualitativ hochwertige Fotos und Videos aufgenommen werden. Jede Hülle wird sorgfältig hergestellt und hat alle nötigen Tests bestanden. Mit der Hülle könnt ihr eine Reihe von Fotos und Videos in verschiedenen Modi aufzeichnen. Langsam, Panorama oder Zoom. Es ist die einzige Unterwasserhülle, die kein Limit für Fotos und Videos hat. Lenzso kostet 300 Dollar. Mint Dieses Gerät kann feststellen, ob ihr Mundgeruch habt. Legt es einfach kurz in den Mund und schon wird euch Mint euer Schwefelwasserstoff oder Methanxiolniveau mitteilen. Was die Elemente sind, die Mundgeruch verursachen. Die Informationen werden außerdem an die entsprechende mobile App gesendet. Zusätzlich dazu das Mundgeruchproblem zu lösen, analysiert Mint die chemische Zusammensetzung des Atems und kann euch vor einem möglichen Herzinfarkt, einem Schlaganfall, Diabetes, einer Frühgeburt, Karies oder Zahnfleischerkrankungen warnen. Das Gerät überwacht außerdem das Wasserniveau des Körpers. Der Preis ist 100 Dollar. Microbot Push Dieses Gadget kann Geräte aus der Ferne automatisch ein- und ausschalten. Es kann auf jede beliebige Oberfläche gelegt werden. Ein beweglicher Balken im Gerät drückt bei Bedarf die Taste. Die Steuerung erfolgt über eine mobile App. Zusätzlich zur ferngesteuerten Aktivierung könnt ihr Microbot Push so einstellen, dass sich die Geräte einschalten, wenn euer Smartphone in der Nähe ist. So kann sich zum Beispiel das Licht, der Fernseher und vieles mehr automatisch einschalten, sobald ihr nach Hause kommt. Das Gadget ist für 39 Dollar erhältlich. Walk Wings Das sind universal Rollschuhe, mit denen ihr überall hinfahren könnt. Ihre Vorteile sind vor allem ihre Einfachheit und ihr Komfort. Wie die Walk Wings funktionieren, ist ganz einfach. Es sind keine einzelnen Rollschuhe, sondern Schuhe für Schuhe. Es reicht aber nicht, sie einfach nur anzuziehen. Um sie zu benutzen, müsst ihr einen speziellen Hebel an jedem Rollschuh umlegen, um die Räder freizugeben. Die unglaubliche Erfindung ist für 200 Dollar erhältlich. Glanz Clock Dieses Gerät ist ein außergewöhnliches Deko-Element. Es ist nicht nur eine Uhr, die die Zeit anzeigt, sondern auch ein Gadget, das Benachrichtigungen über Anrufe, Nachrichten, Erinnerungen, eure Pläne für den Tag, das Wetter und mehr sendet. Darüber hinaus verbindet sich das Gerät nicht nur mit dem Smartphone, sondern auch mit mehreren smarten Gadgets, wie zum Beispiel mit einem Fitness-Tracker. Dank der Glanz Clock hat der Benutzer alle notwendigen Informationen zur Hand und weiß über seinen Gesundheitszustand Bescheid. Die Uhr kann für 99 Dollar bestellt werden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.